Ich bin morgen früh wieder zu Hause. Wo gehst du hin? Ich übernachte heute bei Susi. Der ist neu. Der Flyer. Die Zeitung nennt ihn den Greifer. Nenn ihn nicht so. Du glaubst diese Geschichte nicht wirklich, oder? Er kann dich nämlich nicht hören. Er greift sich nicht, Kinder, die das sagen. Na, klasse, wunderbar. Brauchen Sie Hilfe? Siehst du das? Ja. Würdest du mir meinen Hut geben? Danke sehr. Ich bin nebenberuflich Zauberer. Sind das da drin schwarze Luftballons? Möchtest du einen Zaubertrick sehen? Ich muss euch etwas mitteilen. Einer unserer Schüler, Finny Blake, wurde entführt. Was, wenn ich der Polizei helfen könnte, Finny zu finden? Das ist kaputt. Schon seit meiner Kindheit. Ich werde schreien und ihm das Gesicht zerkratzen. Dieses Gesicht? Daddy, ich habe von ihm geträumt. Was ist in deinem Traum passiert? Er wurde entführt. Von einem Mann mit schwarzen Luftballons? Ja. Diese Details haben wir nie veröffentlicht. Hallo? Leg mich auf. Wer bist du? Du kennst all unsere Namen. Du wirst hier rauskommen. Bitte, bitte lass die Träume wahr sein. Siehst du die Wand vor dir? Ich habe da unten ein langes Kabel losgerissen. Da ist ein Zahlenschloss. An der Innenseite der Tür. Wie ist die Kombination? Ich habe sie in die Wand geritzt. Leg die Türe auf! Sofort! Der Baum, die Tür, das Tor. Ich habe die noch nie zuvor gesehen. Nur in meinem Traum. Dir bleibt nicht viel Zeit. Du wirst eine Waffe benutzen. Du nimmst das Telefon, Schritt zurück und schläfst. Sieh, wozu du mich gezwungen hast. Beeilen Sie sich! Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Eines Tages muss ich für mich selbst einstehen. Dieser Tag ist heute, Finn. Dieacks compete. ARD Text im Auftrag von Funk